0-0 gegen Hamburg, hallo Gottbus. Eigentlich wollten wir heute drei Punkte holen, aber ich glaube, die Mannschaft wird in den nächsten Wochen noch mehr Leistung zeigen. Nach sechs Wochen kann man, glaube ich, noch nicht ganz so viel verlangen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir heute den Punkt geholt haben und den ersten Heimweg, wenn man so will, den werden wir dann gegen Hamburg machen, beim Lokalspiel Montage nach Tagen. Und wichtig ist, dass unser Sportstart, der Breiten- und Leistungsprobe, weiter gefördert wird. Dafür stehe ich, dafür werde ich mich auch weiter aktiv einsetzen und ich wünsche euch eine schöne Wochenende.